Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, dann möchte ich doch mal sanft in die heutige Runde grüßen und erfahre gerade im Chat vom lieben Andreas, 80 Punkte Gewinn realisiert hier im kurzfristigen Bereich. Natürlich, Gratulation, freue mich. Du hast vielleicht den einen oder anderen auch rüberziehen können zu unserem heutigen, ja jetzt monatlich ja immer wieder anstehenden technischen Analyse-Event im Rahmen der Cluster-Analyse mit dem lieben Chris Stern. Aber erstmal Gratulation auch Andreas an dich. Mir gelang es heute Morgen ja auch so 15 Pips beim britischen Fund mitzureißen in Sachen Intraday-Trading. Hier soll es ja heute aber vielmehr über oder rund um das Swing-Trading gehen, über Zeitebenen hinweg, die fern vom Minuten, Fünf-Minuten-Schad liegen, sondern hier vielmehr eben auf Tage und Wochen ausgelegt sind. Vielleicht finden wir aber auch den einen oder anderen Intraday-Trade, der interessant sein könnte. Wohl wissentlich, dass ich weiß, dass der liebe Christian auch hier Tools hat, die im kurzfristigen Bereich anwendbar sind. Aber da wir das Webinar ja monatlich machen, ist es ja eher etwas, wo wir doch schon die größeren Zeitebenen favorisieren. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, gegebenenfalls auch mal eine DAX-Meinung wieder vom Chris zu hören. Und insofern erstmal kurzes Feedback abgefragt in die Runde, ob ihr mich natürlich auch hört. Im Chat gab es ja jetzt schon Interaktionen, aber Bild zu sehen und mich zu hören, das wäre jetzt nochmal so ein Stück weit die Kernfrage. Und dann möchte ich auch gar keine weitere große Vorrede verlieren und gleich natürlich euch auch hier nochmal abholen im Rahmen des Slides zum heutigen Event. Damit ihr auch wisst, dass ihr richtig seid, nicht wahr? Hier Chris Stern, natürlich der Hauptprotagonist und ich so ein Stück weit Beiläufer. Heute auch komplett am Start, also ich werde jetzt hier terminlich nicht raus switchen müssen, wie es ja manchmal passiert. Kann ich also heute im lieben Chris zur Seite stehen, die ganze Zeit. Grüße auch an der Stelle, Thomas, Günther, Ottmar. Danke auch für das Feedback, Andreas. Insofern sind wir jetzt hier ja dann doch schon ringsum, komplette Tutor. Der Raum fühlt sich auch langsam, aber wir wollen keine Zeit verlieren. Deswegen hier auch nochmal vorab der Hinweis, dann wenn wir konkret werden oder auch Chris Stern hier oder da eine Trading-Idee skizziert, immer aufpassen. Das sind keine Handelsempfehlungen. Ihr handelt eigenverantwortlich, jeder ist dafür verantwortlich, sich selbst um sein Risiko- und Moneymanagement zu kümmern und darf das hier natürlich nie als Handelsempfehlung ansehen. Das sind subjektive Entscheidungen oder auch vielmehr Ableitungen eigener Couleur, nicht zum Nachahmen empfohlen. Und wer es denn mag, muss das dann natürlich mit seinem eigenen Risiko- und Moneymanagement in Einklang bringen und natürlich auch die komplette Verantwortung tragen, klarerweise. So, dann würde ich mal das Zepter an Chris Stern geben und hier kurz mal das Mic auch freischalten. Ich vermute, der liebe Christian ist nicht so weit weg von mir hier, wieder am Chiemsee destiniert, sozusagen nahe der Alpen am schönen Chiemsee. Grüß dich, Christian. Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich war sogar schon im Chiemsee heute. Aha, das war ich vorgestern. Gestern hatte ich das Glück, im Thumsee zu gehen und da will ich sagen, lieber Chris, das ist ein Bergsee, der ist dann doch schon so, dass ich sage, also die Tage laufen jetzt ab, dass man da baden gehen kann. Aber Chiemsee, sensationell und freut mich für dich. Einfach nur ein schöner Spätsommer, den wir hier mitnehmen können, oder? Mega schön. Richtig schön. Ich hoffe auch, dass die Leute daheim auch irgendwo was in der Gegend haben. Ansonsten lade ich natürlich immer wieder dazu ein, einfach mal hier vorbeizuschauen. Ist echt eine schöne Sache. Also das Bergpanorama hinter dem Chiemsee, der See ist wieder relativ warm jetzt. Und ja, Fahrradfahren halt. Wer die Chiemsee-Runde wagt, sind knappe 60 Kilometer. Und ich glaube, du hast sie schon gemacht, glaube ich, dieses Jahr, oder? Ja, nicht nur einmal. Also die sowohl von, sage ich mal, West nach Ost und Ost nach West. Also ich muss sagen, da gibt es auch die schönere Variante, da wo du praktisch, die Westseite ist dann doch auch so vom Radeln her noch ein bisschen angenehmer. Aber wenn Chris Stern davon spricht, keine Schande im Rahmen der Eigenwerbung. Hier, liebe meine lieben Teilnehmer, findet ihr den lieben Christian, nämlich beim Chiemsee-Wirt. Ja, hier gibt es den leckeren Steckerfisch, möchte ich gleich mal zeigen. Schöne Karte, habe ich auch schon selbst getestet und war auch natürlich schon vor Ort, weil es eben hier in unserem wunderschönen Alpenländle, sage ich mal, destiniert ist und eben direkt auch am Chiemsee. Insofern, wenn der Chris davon spricht, ihr seid eingeladen hier beim Chiemsee-Wirt. Könnt ihr gerne reinschauen. Und überdies ja eine Idee, die auch mehr und mehr wächst und auch an Gestalt gewinnen wird, dass wir hier natürlich auch Events machen, weil der liebe Chris nämlich in diesem, sage ich mal, Wirtshaus auch einen wunderschönen Vortragssaal hat. Korrigiere mich, ich glaube, da passen 200 Leute rein oder sogar 300. 200 auf jeden Fall riesig. Ja, so 200 gemütlich, sage ich mal. Wir haben ja alle einen Laptop dann dabei meistens und dann ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, das sollte reichen. Das sollte reichen. Also ich denke mal, die Hütte, die wir heute hier beim Webinar begrüßen, können wir auf jeden Fall dort einladen. Wenn es denn so ist, also wer da Interesse hat oder auch mal in südlichen Gefilden, wo ich ja wie gesagt auch destiniert bin, gern mal ein Hallo durch den ETA schicken. Ich war ja letzte Woche erst in Berlin, auch wunderschöner Destination, weil ich jetzt auch gerade den Andreas ja vorhin noch gelesen hatte, auch sehr schön da gelegen in seiner, sage ich mal, außerberlinlichen Ortschaft. Auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch idyllisch, muss ich sagen, wirklich ein schöner Place to be neben einer Großstadt. Aber lasst uns doch jetzt hier, meine Güte, nicht so viel über Großstädte und Ausflüge reden. Christian, ich würde dir gleich den Bildschirm wieder rüberschießen und vielleicht auch direkt nicht beginnen lassen wollen, weil ich denke, du hast sicherlich die ein oder andere Idee wieder parat, beziehungsweise was er erarbeitet. Ansonsten, wenn es für dich recht ist, vielleicht, dass wir wieder abfragen, welcher Teilnehmer den ein oder anderen Wunschwert hat oder wie hast du das heute sozusagen angedacht? Also ich würde vorschlagen, nachdem ja jetzt JFD das auch geschafft hat, dass die Webinare immer auf YouTube dann auch im Nachhinein nochmal anzuschauen sind. Also du kannst ja vielleicht währenddessen mal kurz eintippen und zeigen, ihr könnt nämlich jetzt sozusagen unser monatliches Webinar euch nochmal im Nachgang anschauen und ja, rekapitulieren sozusagen, was wir da getradet haben, was wir da vorgestellt haben. Und von daher würde ich sozusagen initial, da jetzt da ja jeder die Möglichkeit hat zuzugucken, nochmal heute so ein bisschen die Basis schaffen. Und zwar habe ich vor, einen Basiswert sozusagen von Null aus einem nackten Chart heraus zu analysieren. Mit dir vielleicht zusammengerissen, wenn du gerade sagst, du hast heute Zeit und Lust auch mitzumachen, dann würde ich vielleicht sagen, lass uns das so ein bisschen diskutieren. Gerne auch mit den Teilnehmern natürlich. Das heißt, wir suchen uns einfach jetzt mal einen Basiswert raus, der interessant zu sein scheint und versuchen dann quasi auf Basis meiner Analysemethode das Ganze einmal auseinander zu nehmen und im besten Falle natürlich uns für eine Richtung zu entscheiden mit möglichst vielen Argumenten in der Hinterhand, sozusagen einen Cluster auch zu finden, also einen Klumpen an Argumenten hinter uns zu versammeln, um dann vielleicht das Ganze in einen scharfen Trade, der Chris hat es gesagt, auf eigenes Risiko natürlich, hier umzumünzen, dass wir sagen, wir machen vielleicht das Ganze auch gleich fest an einem Einstieg, an einem Stop Loss im schlimmsten Falle und an einem Check Profit im besten Falle. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt, würde ich sagen, lasst uns nochmal aus einem nackten Chart heraus und da ist mir jetzt auch ganz wichtig, ihr müsst da jetzt nicht irgendwelche Tools kaufen oder runterladen oder so, sondern ich werde das quasi mit einer kostenfreien Variante sozusagen euch zeigen, dass ihr das daheim, wenn ihr denn wollt, wer vielleicht auch zwei oder mehr Bildschirme hat und gerade Lust dazu hat, ein bisschen mitzuarbeiten, dass ihr vielleicht die Möglichkeit habt, sozusagen das simultan aufzurufen, vielleicht nicht während des Webinars, da kann man sich einfach zurücklehnen, aber ihr habt ja dann über YouTube sozusagen die Möglichkeit, das vielleicht nochmal von der Pike auf mitzumachen und dann haben wir auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir uns die Videos wieder anschauen können, uns dann im Verlauf anzuschauen, wie sich denn diese Trades auch tatsächlich entwickeln, also was geht da schief, was geht da gut, was kommt dabei raus und das wäre sozusagen heute mein Ziel. Also ich habe viele Basiswerte, die interessant sind, unter anderem natürlich der DAX mit einem möglichen möglichen Gap Close nach oben, Euro-Britisch von Euro-Japanien sind hochinteressant, auch US-Dollar-Japanien, aber ich würde sozusagen Fokus legen auf einen Basiswert, den wir ganz in Ruhe auseinandernehmen und ja, Chris, wenn du Lust und Zeit hast mitzumachen, dann würde ich sozusagen vorschlagen, dass wir den uns jetzt gemeinsam aussuchen und diskutieren. Ansonsten Intraday hattest du angesprochen, eventuell Intraday heute noch interessanten Gold-Trade auf der Short-Seite, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was ihr getradet habt heute schon oder ob ihr irgendwo gerade drin seid, aber das war jetzt so für den Vormittag sozusagen das Interessanteste, wer gerade aktiv ist, mal Gold-H1-Chart sich angucken und da bin ich jetzt auf der Short-Seite unterwegs gerade. Super, also wie gesagt, das ist jetzt überraschend, weil ich wusste natürlich nicht immer die Tatsache, dass du jetzt auch tatsächlich Intraday schon engagiert bist. Ich habe meine Intraday-Aktivität nach ungefähr 25 Minuten beendet, um das European Opening an der Stelle, bin aber positionstechnisch auch im Astral-Dollar-Short, den hast du ja zuletzt auch mal wieder auf der Agenda. Also insofern wäre ich da mal interessiert, was wir für einen Wert ermitteln, beziehungsweise worum es jetzt geht und wir die Teilnehmer da an der Stelle wirklich hautnah mitnehmen können. Ich habe den Link mal reingeshared von unserer GFD-Analyse-Series, wie es denn heißt. Mai fehlt eigentlich, wir haben sie nicht als Aufzeichnung, vermutlich gab es da einen Aufzeichnungs-Bug damals, aber ihr seht es hier April, Mai fehlt eben, Juni, Juli, August. Jetzt haben wir den September und da werden wir hier sozusagen ein Stück weit immer weiter das Ganze anknüpfen. Zur Intraday-Serie genau fällt mir gerade noch ein, beziehungsweise kommt mir der Gedanke, dass wir hier beim Forex Bull, auch ein Tool, was du ja gut kennst, so vom Sagen hören, hier praktisch ein Handelssignal-Short heute auch beim Goldpreis sozusagen hatten, beziehungsweise haben und das können wir uns dann wie gesagt hier mal anschauen. Interessant, dass du hier auch Short bist, also das ist statistisch sozusagen untermauert, lieber Christian, dass wir heute einen schwächeren Goldpreis sehen könnten und das sieht ja wohl auch so gut aus, also da kann mir der Bernd vielleicht hier auf dem anderen Dienstweg auch nochmal einen Screenshot reinschieben, wie es derzeit aussieht und dann würde ich sagen, Christian, gebe ich jetzt doch gern mal dir den Bildschirm rüber, damit wir mal so ein Stück weit in die Action gehen können, was du uns da heute mitgebracht hast. Da sehen wir dein Startbild. Meine Meta-Trailer, ihr seht jetzt nochmal, ich will ganz kurz auf das Gold zu sprechen kommen, warum gerade Short, weil langfristig waren wir eher auf der Long-Seite unterwegs, was aber im Chart auch schon wieder ganz anders aussieht mittlerweile seit dem letzten Monat. Ihr seht quasi auf Tageskursbasis, also im Tageschart jetzt hier, einen relativ massiven Widerstand, dreifach angelaufen, horizontale Art und je öfter ein solcher Widerstand, horizontale Art bestätigt wird, desto mächtiger, desto stärker wird er natürlich auch für die zukünftige Betrachtung und des Weiteren seht ihr auch, dass die gleitenden Durchschnitte, egal ob es jetzt 200-Tage-Linie ist, 100, 50, 20, mehr oder weniger von links nach rechts über den Bildschirm laufen. Das bedeutet, aus Swing-Positions-Trading-Sicht ist der Markt tot. Wir haben im Moment weder eine Trendrichtung noch hier eine große Dynamik drin und Dynamik brauchen wir einfach fürs Trading, das heißt, die Kurse müssen sich bewegen. Es ist aber genauso so, wie beim Trend meistens auf eine Bewegung, eine Korrektur folgt, folgt meistens auf eine Ruhephase, eine Bewegungsphase an einem Markt. Das heißt, wir warten im Grunde genommen jetzt hier nur auf eine Richtungsentscheidung. Die Abwehr-Seite favorisiere ich jetzt Intraday zumindest, vielleicht auch bis morgen noch, weil wir eben unter den wichtigen Trendfiltern, unter den gleitenden Durchschnitten sind und eben dieses sogenannte Triple Top, diesen heute zum Teil Widerstand, gerade erst wieder bestätigt haben, damit unter die 200-Tage-Linie rauschen und im Grunde genommen vom Bullen nichts kommt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einen Bären, der gezeigt hat, ich habe Kraft, ich habe die Macht, sozusagen diese Widerstandszone wahrzunehmen, zu nutzen, habe so viel Nutzen daraus gezogen, dass ich unter den Trendfilter rutsche, unter die 200-Tage-Linie und jetzt im Grunde genommen vom Bullen aber keine Gegenwehr kommt. Das heißt, die Bewegung ist passiert nach unten hin in den letzten Tagen und die Korrektur erfolgt seitens der Bullen sehr, sehr schwach in der Seitwärtsphase. Das heißt, im Grunde genommen sind wir hier Bär, Bulle und normalerweise folgt jetzt zumindest stundenweise, tageweise bis morgen noch ein Retest sozusagen dieser Volumenunterstützung, diese Ausbeulung, das ist jetzt hier das Tick-Profile, das sieht aber im Marktprofil im GC Future ganz genauso aus. Also wir haben also hier eine Volumenzone, die so ein bisschen zieht und das heißt, der Markt sollte jetzt hier nochmal einen Ticken runtergehen, zumindest für die nächsten Tage. Sessionalität hier jetzt nur auf die letzten drei Jahre gemünzt, weil wir sind kurzfristig unterwegs, das heißt, wir brauchen auch jetzt nicht hier 10, 15 Jahre Historie, sondern uns interessiert nur, was in den letzten Jahren passiert ist in dieser Zeit des Marktes und wir sehen quasi hier schon im Tageschart Tendenz nach unten. Luft ist ein bisschen auch nach unten, wie gesagt, durch das Marktprofil. Ich will gar nicht, dass der jetzt hier in sich zusammenbricht, der Markt. Das wäre natürlich mega, wenn man short investiert ist, aber ich will einfach hier sehen, dass der Bär im Grunde genommen im Moment im Vorteil zu sein scheint und wenn man dann runter switcht auf den Tages, auf die Stundenchart, Entschuldigung, sieht man auch schon so ein bisschen die alten klassischen Analysten sagen dann hier die SKS-Formation, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, die so ein bisschen vor der Aktivierung zu stehen scheint. Das heißt, wenn wir hier die Nackenlinie zeichnen, dann ist das natürlich eine Unterstützung, wenn die bricht, dann werden wahrscheinlich viele Leute, die hier in dieser Zeit, in den letzten Tagen eine Long-Position versucht haben aufzumachen, dann diese in den Markt werfen. Das heißt, es werden die Stops gezogen. Das bringt ein bisschen Dynamik darunter und was dazu kommt. Alle, die short traden, die werden wahrscheinlich jetzt nicht Market shorten, sondern die werden wahrscheinlich hier mit einer Sell-Stop-Position unter den Tiefs liegen. Und das ist auch wieder interessant, weil viele Tiefs hier eng beieinander liegen. Das heißt, wenn dieses Tief sich auslöst und die Orders in den Markt kommen, dann kommen Stops zusammen, dann kommen Sell-Stops dazu und die werden wahrscheinlich die Kraft haben, dann das nächste Tief und wiederum das nächste zu aktivieren und dann haben wir hier so einen kleinen Erdrutsch. Das sieht dann im Chart so aus, dass er einfach hier mal kurz nach unten rausploppt. Das wäre, wenn man den Stundenchart handelt mit einem Stop-Loss über EMA 200 oder sogar dann eventuell nachzieht an die rechte Schulter der SKS-Formation, wäre das schon handelbar mit einem CRV vielleicht von 1 zu 1. Inter-Day reicht das völlig aus. Positionsgröße relativ klein wählen. Je tiefer man tradet in Zeiteinheiten, desto höher ist der Anteil des Zufalls auch im Chart oder der nachrichtlichen Einflüsse. Und dementsprechend hier würde ich jetzt nur 1% Risk handeln. Ich weiß nicht, Chris, wie bist du im Gold? Siehst du es ähnlich oder wie würdest du jetzt gerade agieren? Also 1 Sternchen setzen, würde ich sagen. Chris Stern, das hast du wirklich grandios abgeleitet. Sogar eben auch noch die charttechnische Relevanz der, man mag sie oder mag sie nicht, der Schulterkopf-Schulter-Formation, aber mit der Nackenlinie vortrefflich, die Stop-Ableitung. Das ist eigentlich genau das, was ich auch sehe. Der Goldpreis generell für mich aber eben ein bisschen lame, weil der eben, das sagtest du aber auch schon zu Beginn, nicht so richtig trendig ist. Der hat da oben das Triple-Top jetzt gemacht, die 1.830, die ist relativ gut zu sehen, wo man wirklich sagt, da ist ein Widerstand. Bevor der da nicht rausgeht, ist Gold für mich auf der Longseite komplett uninteressant. Und entgegen dem eben hier tatsächlich, du weißt, das Rainbow-Trading lässt grüßen, die kleinen Durchschnitte, die du auch so ein Stück weit ja separiert da siehst bei dir im Chart, zeigen, dass das Momentum abwärts gerichtet ist und eben mit dem ganzen Summa summarum, dass hier die letzten Tiefs, wenn sie dann rausgenommen werden, hier zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen, weil eben, wie du sagst, die Stops ziehen oder auch die Sell-Pending-Orders dann ausgelöst werden. Da kommt meine sehr achten Dynamik rein. Ich bin nur gespannt, wenn es manchmal so offensichtlich scheint und ich muss schon sagen, unter Kategorien bewertet, ist das schon so ein fast 1A-Trade. Also hier passt vieles zusammen. Saisonalität kommt auch noch dazu, jetzt bis zum Monatsende. Also das wirkt eigentlich wirklich sehr, sehr gut, aber auch hier immer wieder kontrolliert mit dem richtigen Risiko-Einsatz reingehen, weil so schön und da hatte ich glaube ich auch schon unzählige, um nicht zu sagen hunderte Setups, die so sahnemäßig waren und dann am Ende aber doch der Markt etwas anderes tat. Deswegen hier immer wieder auch das Risiko bemessen, denn am Ende des Tages arbeiten wir hier mit Wahrscheinlichkeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, um es auf den Punkt zu bringen, dass das passiert, was du hier prognostiziert hast, sehe ich als erhöht an. Ich denke auch, der droppt noch mal ein Stück weit nach unten. Ja, also so viel zum Gold. Da sind wir, also ja klar, man kriegt manchmal ein bisschen Angst, wenn es zu gut aussieht. Aber wir hatten das ja die Situation auch schon, dass wir hier im Grunde genommen eher eine Long-Position gesehen hatten, wenn wir über den Widerstand rausgehen und dann diesen Sell-Off da gesehen haben, der sehr tief ging, der sehr viele Leute auch viel Geld gekostet hat. Und im Grunde genommen, wie gesagt, langfristig hier nochmal der Target-Chart am Trade-Signal eher neutral, schwierig. Wenn die kleinen Durchschnitte keine Richtung vorgeben, dann sollte man sich eigentlich raushalten. Deswegen sage ich ja, heute vielleicht noch morgen Tendenz auf der Short-Seite handeln. Kleines Risiko, entsprechend 1% könnte man machen, weil einfach diese Stop-Thematik, denke ich, hier so ein bisschen kurzfristig Dynamik reinbringen könnte zumindest. Aber man muss auch sagen, Gold hängt extrem an den Nachrichten dran. Ja, ihr wisst selber, wenn es zu gut aussieht, kann das auch nach hinten losgehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber im Endeffekt müssen wir es trotzdem handeln, weil das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe, wenn ich schon Setups habe und ich sehe dann nichts, was dagegen spricht, dann muss ich es eben handeln, auch wenn das wieder so ein bisschen ein komisches Gefühl gibt. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Gehen wir kurz rüber auf den DAX, weil wir es angesprochen haben. Ich zeige euch den Kursindex, exkludiert Gewinnausschüttung, Dividendenzahlung, also die echte Entwicklung sozusagen der reinen Kurse verglichen mit Dow Jones, S&P 500, sozusagen die bessere Analyse immer im Kursindex, zumindest langfristig verzerrt sich das Ganze durch die Dividendenzahlung, insbesondere im Frühjahr schon immer etwas. Also man hat manchmal einen Vorteil, wenn man sich den Kursindex anschaut. Hier geht es jetzt aber nur darum, dass wir einen Aufwärtstrend haben. Kleine Durchschnitte sind nach oben. Wir haben auch immer wieder neue Hochs, wie wir es auch letzten Monat besprochen haben. Da hatte ich euch, wenn ihr euch erinnern könnt, auch nochmal davon abgeraten, hier auch wenn es juckt in den Fingern, die Short-Position aufzumachen, sondern eher immer hier das Ganze tatsächlich mit dem Trend zu handeln. Es fließt Geld rein in die Aktien. Es ist viel Geld da. Es werden viele Häuser gebaut gerade. Die Wirtschaft läuft, auch wenn Rohstoffe fehlen, klar. Aber auch die Soforthilfeprogramme der Bundesregierung bis Ende Dezember nochmal ausgeweitet. Also es spricht im Grunde genommen jetzt erstmal noch nichts dagegen, dass der Markt in sich zusammenbricht, es sei denn, es kommt natürlich was seitens der Zinspolitik. Das heißt, DAX immer noch mit Druck nach oben, immer noch mit Kapital, das rein in den Markt geht. Und hier initial nochmal der Hinweis, wir haben im Performance-Index jetzt hier, also in der Kasse sozusagen, ein bisschen eine Kurslücke noch offen. Ihr habt quasi hier den Close des Kerzenkörpers und ihr seht, wir sind da schon mal ein bisschen reingelaufen, aber haben dieses Gap nicht zugemacht. Und es gibt ja relativ viele Statistiken, auch seitens VTRD, die besagen, dass ein Gap-Closing zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eher stattfindet, als nicht stattfindet. Das heißt, das wäre jetzt hier nochmal auch Intraday, beziehungsweise für diese Woche, für die, die kurzfristiger unterwegs sind, meiner Meinung nach hochinteressant, dieses Gap-Closing hier zu traden. Spricht nichts dagegen. Man hat auch enge Stops durch die Tagestiefs und dementsprechend Risiko begrenzt und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Gap irgendwie jetzt noch zugemacht wird die nächsten Tage. Meiner Meinung nach, Chris, wie siehst du es? Da muss ich dir beipflichten. Also erstmal interessant, dass du ohnehin den Kursindex sozusagen mit dem Performance-Index da sozusagen auch nochmal darstellst, denn das wird vielen Marktteilnehmern auch gar nicht geläufig sein, dass es da tatsächlich eine Unterscheidung gibt. Ansonsten DAX haben wir natürlich unseren Andreas als DAX-Experten hier am Start, a. mit seiner täglichen Analyse und b. im Live-Trading-Room hier immer am fleißigen schnippeln. Und die 15.7 war gestern auch schon bei unserem Trading-Room am Nachmittag und auch heute wieder, sage ich mal, so ein bisschen das Bollwerk. Im Rahmen Gap-Close muss ich sagen, bin ich bei dir. Der Markt ist halt liquiditätsgeflutet. Das ist genau das, wo du sagst, so topig manches aussieht, so bärisch auch hier und da das ein oder andere wirkt, so liquiditätsgetrieben sind die Märkte dann am Ende dann doch wieder. Und im Rahmen der großen Zyklusanalyse gebe ich ja den Märkten dann durchaus doch noch guten Jahr Zeit im Rallye-Modus, bevor es dann auch zyklisch wieder mal eng werden könnte. Warten wir mal ab, was nächstes Jahr um diese Zeit sozusagen zuschlägt. Aber grundsätzlich, denke ich, hat der DAX da auch weiterhin Spielraum. Ist natürlich nicht mein favorisiertes Vehikel, will ich ganz klar sagen. Aber was auch interessant ist, wichtig zu wissen, die Saisonalität. Und da wirst du genauso ein Bilde sein wie ich. Der September ist natürlich hier statistisch gesehen jetzt nicht der Parade-Monat. Du hast jetzt die letzten zehn Jahre, sehe ich gerade bei Seasonax, aber wir sehen hier gerade so genau so ein Droppen nach unten hin. Wenn du das Overview machst auf die 33, würde mich nochmal interessieren, habe ich mich jetzt gar nicht so im Kopf. Was ist denn das beim All-Time-R-Shout? Da wird es sogar noch deutlicher, dass man eben von dem Sommerloch spricht, dass man tatsächlich sagt, sell in May and go away und dann ab im Oktober zurück. Das sieht man hier am DAX auch sehr schön, aber auch um die Tatsache willentlich, dass der September jetzt nicht wirklich der beste Börsenmonat ist. Und statistisch auch hatte ich unlängst die Apple geschossen, in 40 Jahren, genau 25 Jahre gefallen, mit im Schnitt minus 15 Prozent. Das ist mal eine Hausnummer. hingegen nur 15 Mal gestiegen im Septemberverlauf und das ist auch schon recht deutlich und unterzeichnet oder unterstreicht auch, dass es durchaus hier nochmal ein bisschen ungemütlicher werden könnte mit Blick auf die nächsten Wochen. Also ich glaube, long term nach wie vor liquiditätsgeflutet, eher die Schwäche zum Einstieg nutzen. Aber ob das natürlich die nächsten Jahre jetzt immer so bleibt, nach dem Motto buy only, es kann ja nur in eine Richtung gehen. Da wage ich dann doch hier und da meine Zweifel auszuwerfen, gerade wenn eben auch die Zinsmaßnahmen, was wir ja sozusagen auch noch dieser Tage im September diskutieren werden, Fed-Sitzung und Co. Da wird ja hier und da doch schon die Schraube etwas enger gezogen und das dürfte sich natürlich auch langfristig dann hier und da in den Märkten auswirken. Aber momentan die Idee selber, DAX, ich bin da eher bärisch gestimmt, in jedem Falle für die nächsten 1-2 Wochen. Okay, sehr interessant. Also wir haben jetzt quasi Gold gesehen, wir haben den DAX gesehen. Das war jetzt mehr so für die Intratay-Trader oder die Leute, die diese Woche sozusagen den Trade auch gerne noch zu Ende bringen würden. Du hattest eingangs noch den australischen Dollar erwähnt. Eine schöne Währung, relativ rohstoffsensitiv, also hängt extrem an den Rohstoffpreisen. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir das, was wir vorhaben heute, mal schauen, ob wir das am Out-US-Dollar machen können, weil das eine Währung ist, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Also ist ein bisschen nicht ganz so populär wie der Euro-Dollar, aber meiner Meinung nach sehr schön sich handeln lässt. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sozusagen jetzt mal anfangen mit dem Austral-Dollar gegen den US-Dollar in einem wöchentlichen Chart hier unsere Analyse aus dem nackten Chart-Bild heraus zu starten. Nackt ist er nicht ganz. Ich habe jetzt hier den EMA 200 schon drin in Rot, also den exponentiell gekletterten Gleitendurchschnitt und den EMA 50 im Blau. Genauso also wie wir das früher bei Godmode Trader gemacht haben, sozusagen, damit wir schon mal sehen, wie der Markt ungefähr sich hier langfristig entwickelt. Und wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr das Ganze gerne zu Hause mitmachen. Ich nutze hier, ihr seht es oben, TradeSignal Online. Das ist jetzt hier die Variante, die auch nichts kostet. Ihr könnt da quasi Wochen- und Tagesschart analysieren. Wenn ihr tiefer gehen wollt, müsst ihr was bezahlen. Aber meiner Meinung nach reicht das schon, weil wir holen uns jetzt sozusagen hier das übergeordnete Bild. Wir holen uns also jetzt hier unseren Schlachtplan und dann können wir rübergehen, wenn wir tiefer gehen in den Zeiteinheiten, können wir dann rübergehen hier in den Meta-Trader direkt. Das heißt, wir begannen im Beginn der Woche und Tag im TradeSignal Online, bauen uns hier unseren Plan und werden dann den Trade sozusagen eröffnen über den Meta-Trader. So generiert ihr sozusagen, dass ihr keine monatlichen Abos oder ähnliches zahlen müsst. Das könnt ihr sozusagen nutzen. Also TradeSignal Online, wer möchte, kann sich da anmelden. Kostet nichts, kann das Ganze nutzen. Ich beginne mit dem Währungsbärchen Austral, Dollar, US-Dollar mit einem wöchentlichen Chartbild. Und ja, Chris, sag mal, was dir als erstes auffällt, wenn wir jetzt hier das langfristige Chartbild über mehrere Jahre Austral, Dollar, US-Dollar sehen. Ja, entgegen dem, wie man es sich eigentlich vorstellt, kommt der Chart ja von links oben und geht in Richtung rechts unten. Corona-Crash inklusive, V-Umkehr da, aber auch ein schöner Widerstandsbereich da bei 0,80, also knapp drunter sogar 0,79. Und man sieht so ein Stück weit, dass der Markt jetzt wieder am Kippen ist. So wirkt es zumindest. Genau, also, ja, du bist jetzt aber tendenziell, wenn ich das jetzt raushöre, weder direkt Bullish noch direkt Bärisch gestimmt. Ist das korrekt? Negativ, denn ich habe auch den COD-Report, jetzt machen wir noch ein Level 0, das habe ich mir mal erlaubt, heute beim Devisenradar zu besprechen. Das heißt, die Commercials sind massiv long investiert, also das sind die Hedger sozusagen, die Rohstofflieferanten, weil du auch angesprochen hast, dass der Australia eine Rohstoffwerbung ist, der ja hier nach unten jetzt massiv gelaufen ist die letzten Wochen und Monate und die haben sich dagegen positioniert, sozusagen abgehedged und die sind wirklich auf einem relativ hohen Niveau und irgendwann dreht das mal, weil die Commercials haben aber einen langen Atem, also die können wirklich lange, also die können eigentlich unbegrenzt hedgen, anders als die anderen Spekulationsanteile wie die Large und Small Spekulators. Tatsache ist, es ist ein starker Trend entstanden und ich bin tatsächlich short, also ich bin beim Austral-Dollar short auch um der Tatsache willen und natürlich nicht wieder das Gleiche erzählen wie jetzt du und ich davor, aber saisonal ist der Austral-Dollar auch short jetzt die nächsten zwei, drei Wochen und insofern ist das für mich ein schönes Setup. Wir hatten auch negative Wirtschaftsdaten jetzt in der Nacht reinbekommen und ich bin befangen, also ich habe tatsächlich eine laufende Short-Position. Okay, das ist ja interessant, dass du da gleich so Stellung dazu nimmst. Ich würde jetzt mal für diejenigen, die daheim jetzt gerne mitmachen wollen, einfach mal mit der klassischen Chart-technischen Analyse beginnen. Das heißt, ich würde sozusagen mir einen Wochenchart anschauen auf mehrere Jahre, einfach weil wir jetzt den Geldfluss analysieren wollen. Wir wollen jetzt also wissen, fließt da eher Kapital rein, fließt da eher Kapital raus, wie ist der langfristige Trend, wie arbeiten die Investoren und wir werden uns erst dann in den tieferen Zeiteinheiten reinzoomen, wenn wir sozusagen den Trade aufmachen wollen. Was mir auffällt, ist natürlich hier oben mit dem Doppeltoppen klassischer horizontaler Widerstand, der relativ stark zu sein scheint. Wir sind aber relativ weit weg im Kurs, das heißt, der ist jetzt für uns erstmal nicht relevant, wenn er natürlich auch dazu gehört. Und wenn wir mal weiterschauen, wenn wir bei diesen horizontalen Widerständen gerade sind, dann kommt hier noch so ein markantes Tief uns vielleicht in den Sinn, beziehungsweise hier oben auch markantes Hoch, markantes Tief. Das heißt, wir haben auch hier nochmal einen Bereich, der horizontal interessant zu sein scheint. Also wir haben hier ein markantes Tief, wir haben hier ein markantes Hoch, markantes Hoch und haben auch hier nochmal so ein bisschen eine Entscheidungsschlacht gehabt am EMA 200. Dieser Widerstand hat sich jedoch jetzt schon aufgelöst, weil der Kurs sich hier innerhalb des Widerstands aufgehalten hat, nicht mehr reagiert hat. Das heißt, das ist im Grunde genommen jetzt schon Geschichte, interessiert uns nicht mehr ganz so sehr. Was wir noch aus der ganz normalen klassischen Charttechnik vielleicht sehen könnten, sind Trendlinien, die also aufsteigend oder absteigend sind. Meiner Meinung nach jetzt hier nichts, was von Relevanz sein könnte. Alles das, was man verbinden könnte an Tiefs und Hoch, ist im Grunde genommen schon Geschichte. Die zwei, wenn man die miteinander verbindet, da kommt im Endeffekt jetzt für uns relevant auch erstmal nichts heraus. Das heißt, Trendlinien, Sicht aus meiner Warte heraus erstmal abgeschlossen. Wir haben nichts, was im Endeffekt hier mehrfach bestätigt ist, außer dieses Hoch und das ist erstmal noch relativ weit weg. Klassische Chartformationen, würde ich sagen, dass wir hier eine sogenannte, auch wieder eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen. Das heißt, wir haben hier eine linke Schulter, wir haben hier den Kopf, wir haben hier die rechte Schulter mit einer aktivierten Nackenlinie. Das heißt, diese Formation ist schon aktiv. Und wer das natürlich aus den Lehrbüchern kennt, der weiß, dass diese SKS-Formation im Grunde genommen auch ein technisches Ziel hat, wenn man nämlich misst vom Kopf bis zum letzten Tief, beziehungsweise zur Nackenlinie und das Ganze dann im Chart nach unten anträgt, dann hat man im Grunde genommen ein Ziel, das diese Formation generiert. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn man einen logarithmischen Chart benutzt, sollte man das eigentlich nicht so machen, wie ich das jetzt hier gerade mache, mit diesen Quadraten einzeichnen, weil natürlich durch die logarithmische Skalierung das Ganze kaputt geht. Was man richtigerweise machen sollte, ist, man kann hier ein Trade Circle, das Fibonacci-Tool nutzen, man kann quasi vom Hoch zum Tief messen und das Ganze dann um 100% projizieren. Das heißt, man kann dann im Grunde genommen sich hier einfach eine 200er-Marke reinnehmen und dann hat man sozusagen das faktische Ziel, also dann hat man quasi das nach unten hin angetragen. Und nichtsdestotrotz, das Einzige, was ich euch jetzt mitteilen möchte, ist sozusagen, dass wir aus dieser SKS-Formation, die bereits aktiviert wurde, das Ziel aus der Technikanalyse heraus noch nicht erreicht haben. Das heißt, hier sozusagen ein aktives Signal, das sein Ziel noch nicht abgearbeitet hat. Das heißt, die Tendenz aus dem Muster heraus sollte nochmal nach unten gehen. Wir sollten also die Marke von 0,7050 ungefähr erreichen können. Das ist also jetzt das, was interessant ist. Ich nehme mal die anderen Retracements raus, die brauchen wir jetzt hier im Moment nicht. Einfach nur, damit wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. SKS-Formation. Dann hat der Chris Kemmerer schon angesprochen, die Sessionalität. Und die könnt ihr euch auch ziehen, nämlich als Indikator Seasonal Projection. Und könnt euch hier zumindest über die letzten Jahre, wir machen mal das Ganze auf fünf Jahre, die Sessionalentwicklung und natürlich auch den Forecast ziehen. Wir sind jetzt also hier an dieser Woche und der Chris hat es schon gesagt, es geht tendenziell hier abwärts in der Sessionalität. Also wir haben eine schwäche Phase voraus und dementsprechend haben wir also ein Argument eher für die Short-Position, wie der Chris das schon gesagt hat, als für die Long-Position. Was wir als nächstes noch hinzuziehen sollten, meiner Meinung nach, ist auch hier das MAC-Profil. Das heißt, wir sollten das Volumen hinzuziehen. Das können wir auch wieder über den Indikator machen, Price Volume Profile. Den würde ich jetzt aber im Grunde genommen so ein bisschen anpassen auf 200 Perioden. Das heißt, wir schauen uns 200 Wochen an. Warum er das jetzt nicht machen mag, weiß ich nicht. Ich nehme ihn nochmal raus hier. Preis Volume Profile. Jetzt haben wir. Ich passe das Ganze an auf ungefähr 200 Wochen, weil wir die auch im Chart sehen. Ich mache die Skalierung etwas feiner und werde dann sozusagen hier aus dem Marktprofil meine Lehren ziehen können. Was jetzt interessant ist aus unserer Sicht heraus, dass wir nach oben hin im Marktprofil eine Lehre haben. Das heißt, wir haben hier eine Ineffizienz. Das bedeutet, der Markt hat sich hier oben sehr wohl gefühlt. Der hat sich sozusagen in der SKS-Formation lange ausgependelt, lange aufgehalten, viel Umsatz generiert und hat dann hier in dem Bereich, wo er nach oben schnell durchgegangen ist und nach unten schnell durchgegangen ist, auch in der Vergangenheit übrigens, wenig Interesse gehabt zu verbleiben. Das heißt, hier oben ist der Markt relativ uninteressant für die Marktteilnehmer. Es wird wenig Umsatz generiert, wenig Angebot und Nachfrage in Einklang gebracht, Umsatz generiert als hier unten bzw. hier unten oder hier oben. Das heißt, wir haben hier eine Zone, die der Markt nicht unbedingt suchen wird. Und das ist natürlich hier ein ganz, ganz starkes Argument, das gegen jegliche Long-Position spricht, dass einfach der Kurs hier in der Ineffizienz wahrscheinlich kein Interesse hat, nochmal reinzugehen. Deswegen sind wir auch hier kurz hochgegangen, gleich wieder runter in das Volumen rein. Und was sagt uns das Marktprofil noch? Nämlich, dass wir das Haupteffizienzlevel, den Point of Control sozusagen hier unten sehen. Das heißt, wir werden hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diesen anlaufen können. Und auch das spricht natürlich hier aus Sicht des Marktprofils für fallende Kurse. Das heißt, wir gehen hier in diesen Bereich rein vom aktuellen Kurs. Wir sind an der 200-Tage-Linie, das heißt, wir haben offiziell keinen Trend, die läuft quasi von links nach rechts über den Bildschirm, genauso eben mal 50 tendenziell leicht fallend. Wenn er weiter runter geht, kommt das sogenannte Death Cross als Gegenpattern zum Golden Cross. Und wir haben das Marktprofil, das hier natürlich den Kurs anzieht. Dagegen spricht oben eine Ineffizienzzone. Genauso spricht für den Short Trade eben diese bärische Sessionalität. Und das sind jetzt alles schon sehr, sehr viele Argumente, die wir hier eher für die Short-Seite gefunden haben als für die Long-Seite. Und auch wenn wir jetzt mal den jüngsten Anstieg noch mit Fibonacci vermessen, sehen wir, dass die Korrektur schon viel zu tief gefallen ist. Dass wir also hier eigentlich das 61,8er am EMA 200 gehabt hätten. Das hätte der Bulle nutzen müssen, da hätte er die letzte Bastion sozusagen gehabt, hier nochmal das Ganze zugunsten des Trends nach oben zu drehen. Das hat er nicht gemacht und auch das ist natürlich ein Anzeichen, dass wir hier wahrscheinlich fallen werden. Und das sage ich jetzt auch nur so in meinem Kopf ist das ganz klar. In meinem Kopf gibt es jetzt keine Long-Entscheidung mehr. Es gibt kein Long-Szenario mehr, weil die Sessionalität fällt, die SKS-Formation ist aktiviert. Der Trend ist im Grunde genommen mit dem Rutsch dann unter den EMA 200 auf der Short-Seite. Wir haben ein Volumen, das nach unten hin zieht. Und dementsprechend gibt es jetzt also in meinem Kopf keine Möglichkeit mehr, dass der Kurs steigt. Wenn er natürlich trotzdem steigt, dann fliegt mir der Stop-Loss um die Ohren. Aber das ist natürlich mein Job, diesen zu setzen und diesen mit einem ordentlichen Risikomallmanagement zu versehen. Das heißt jetzt hier aus dem Wochenchart heraus schon mal meine Entscheidung gefallen. Ich gehe niemals Long, ich gehe maximal Short und zoome mich jetzt sozusagen etwas tiefer in die Zeiteinheiten auf den Tageschart, auf den Stundenchart, um hier einfach nur noch meine Einstiege zu finden bzw. das Ganze nochmal abzugleichen. Kann ja sein, dass im Tageschart das alles ausschaut. Chris, hast du noch eine Anmerkung dazu, zu dem Austral-US-Dollar-Wochen-Chart? Ich sehe, bewegst du die Maus oder steht mein Bild? Also ich sehe, ah ja, okay, genau. Wunderbar. Spannend. Also wie gesagt, auch mal wieder alles rund gelutscht. Wir sind jetzt da tatsächlich wieder mal, ohne uns vorher abzusprechen, eigentlich der gleichen Meinung. Aber es überrascht nicht. Und es ist ja auch interessant, dass man hier auch synchron fahren kann. Und dass sowas natürlich auch adaptierbar ist. Das heißt, die Schlüsse, die du gezogen hast, habe ich in gewisser Weise genauso gezogen. Und trade, was du siehst. Und dann musst du einfach das handeln, was eben vor der Nase liegt. Und da bin ich bei dir. Im Übrigen habe ich gerade auch vorhin nochmal den Artikel zu Apple reingeshared in den Chat und habe auch einen Beitrag vom lieben Bernd aus der letzten Woche, übrigens auch zum Ossi, nochmal geshared hier auf unserem ProTrader-Desk bei Guidance. Da haben wir jetzt sozusagen einen kleinen Trading-Desk, wo dann praktisch wir als vier Analysten umeinander gehen und Trader-Ideen noch und nöcher kreieren. Und da hat der Bernd letzte Woche auch schon den Ossi-Short vorgestellt. Wohl wissendlich nicht, dass du ihn heute bearbeiten wirst. Schrägstrich, dass ich jetzt auch dieser Tage schon Short gegangen bin. Aber man sieht hier, die Ideen gehen da ins gleiche Fenster. Und jetzt muss man einfach mal schauen, ob der Markt uns sozusagen in die Karten spielt oder eben nicht. Aber letztlich wieder rund gelutscht. Ich hoffe, ein jeder Teilnehmer konnte da auch was rausziehen an der Vorgehensweise. Und jetzt bist du ja noch im Wochenschart. Ich bin mal gespannt, wenn du jetzt noch ein bisschen tiefer abtauchst. Aber gebt mir da gerne mal ein Feedback im Chat, was euch jetzt besonders gefallen hat bislang oder was ihr euch noch wünscht, beziehungsweise hier und da doch einfach mal ein Feedback. Und ansonsten, Chris, würde ich sagen, the stage is yours. Also das Wichtigste nochmal, um das zusammenzufassen. Ihr müsst quasi jetzt keine Abos eingehen. Ihr müsst jetzt keine teuren Indikatoren hier kaufen oder sonstiges. Sondern wir sind immer noch in der kostenfreien Trade-Sicle-Variante jetzt hier im Wochenchart unterwegs. Und aus meiner Sicht ist einfach das Wichtigste, sozusagen Argumentationsketten zu bilden. Und je mehr Argumente ihr findet für eine Seite, desto wahrscheinlicher ist es auch psychologisch gesehen, dass ihr zu diesem Trade auch nach Eröffnung stehen könnt. Dass ihr sozusagen den Stopp nicht verrutscht, dass ihr den Take-Profit nicht verrutscht, dass ihr den Trade ganz locker mitgeht, dass ihr da guter Dinge seid und nicht ständig hier auf der Metatrader-App unterwegs seid und euch Sorgen machen müsst. Sondern wenn uns das Ding jetzt quasi um die Ohren fliegt, dann ist das eben so. Und jetzt ist es im Grunde genommen nur noch so, dass wir hier ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis wie ein Risiko-Mannienhaus machen müssen. Weil, ich sage mal so, nehmen wir mal an, wir haben nur in 50% der Fälle recht. Das bedeutet, wir könnten auch würfeln, ob wir Long oder Short gehen. Müssen wir im Grunde genommen jetzt nur noch sehen, dass wir für jeden Euro, den wir hier in den Markt reinwerfen, ein bisschen mehr als einen Euro herauskriegen. Und man sieht das schon im Wochenchart. Da muss ich, theoretisch müsste ich gar nicht runterzoomen. Wenn ich jetzt also hier die Short-Position aufmache und das letzte Verlaufshoch auch im Wochenchart als Stop-Loss nehmen würde, dann wäre also vom aktuellen Kurs aus zu meinem Stop-Loss das Risiko entsprechend diesem roten Quadrat hier. Und wenn ich natürlich taktisch einen Take-Profit im Marktprofil bzw. am letzten Tief sozusagen Horizontal-Interstützung nehmen würde, dann hätte ich sozusagen das hier als Chance. Und ich denke, da muss man gar nicht groß rechnen. Ich sehe sozusagen, dass ich ungefähr für einen Teil Risiko für einen Euro, den ich in den Markt reinwerfe, ungefähr 2 Euro wieder rausbekomme. Und dann hättet ihr sozusagen, selbst wenn ihr würfeln würdet, ob Long oder Short in euren Positionen, würdet ihr damit faktisch Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich das einzige Ziel, das wir haben, dass wir eben auf der Seite der Trader stehen, die hier auch Geld rausziehen aus dem Markt. Weil wir investieren ja sowohl unsere Zeit als auch unseren Hirnschmalz als auch unser Geld natürlich zu riskieren. Und da sollte man dann schon so ein bisschen auch einen Profit immer im Blick haben, so schön auch diese ganzen Lehrbuchtheorien sind. Und ich handle gerne 2 zu 1, ich handle auch noch niedriger. Je größer dieser CAV wird, dieses Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ihr sagt, ich muss bis hier runter traden, desto geringer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesem Trade auch im Ziel landet. Weil einfach das Hin und Her im Markt, diese sogenannte Volatilität, auch extrem vom Zufall bedingt ist. Das heißt, ihr habt diese Schwankungen, eure Positionen werden immer mal ausgestoppt. Und je weiter der Take-Profit-Back legt, desto unwahrscheinlicher ist es, auf Deutsch gesagt, dass er auch irgendwann mal erreicht wird. Und wir haben auch immer noch diese Swap-Thematik, dass wir über Nachtfinanzierung bezahlen, zumindest in den aktuellen Zinsniveaus, wenig bekommen für Short-Positionen. Und dementsprechend sollte eine Position aus meiner Sicht auch nicht ewig laufen. Das heißt, hier ein schöner Trade, den ich im Wochenchart im Grunde genommen schon rund machen kann. Jetzt ist es trotzdem natürlich unsere Pflicht, hier auch in den Tagesschart mal reinzuschauen. Ich gehe dazu mal rüber in den Metatrader, hole mir den Austral-Dollar, US-Dollar. Hier sieht der Wochenchart also ähnlich aus. Wir haben also das ganze Marktprofil, die Indikatoren ein bisschen anders. Das könnte ich natürlich jetzt hier auch umstellen, sozusagen, dass es genauso aussieht. Ich könnte jetzt sozusagen die Historie, die ich ziehe, verlängern auf 200 Wochen. Beziehungsweise auch verkürzen in dem Fall sogar. Und dann sieht das Ganze genauso aus. Ich habe also über den aktuellen Kursen ineffizient und ich habe unten eine Zone, die hier den Markt so ein bisschen anzieht. Ich habe immer noch eine leicht andere Skalierung hier drin. Es ist auch so, dass wir hier nicht das Volumen ziehen, sondern das Tick-Volume, weil natürlich der Metatrader kein echtes Volumen uns mitliefert. Also Austral-Dollar, US-Dollar, Wochenchart hier ganz genauso. Ich sehe schön die SKS-Formation, ich sehe die gleitenden Durchschnitt von links nach rechts laufen. Faktisch erst mal ohne Trend. Tendenziell haben wir aber viele Argumente gefunden, warum der Bulle hier doch im Vorteil sein sollte. Dann gehen wir runter in den Tageschart. Wir schauen uns jetzt die nächst tiefere Zeit anhand an. Wir sehen noch mal die Sessionalität auf drei Jahre nur. Die geht schön nach unten, da wo sie hin soll. Und ich sehe jetzt auch hier schon die 200-Tage-Linie, die eben nicht mehr wie im Wochenchart von links nach rechts läuft, sondern die auch eine Dynamik hat. Die gleitenden Durchschnitte fächern auf. Das heißt, wir haben hier einen Lauf und wir haben auch schon scheinbar abgeschlossen die Korrektur. Wir hatten also hier eine Bewegung nach unten, hatten dann mit dem EMA 20 G Norden, EMA 50 G Norden hin zum Filter eine sogenannte Korrekturphase. Und die können wir natürlich wieder mit Fibonacci vermessen. Das heißt, wir können sagen, wie weit geht sie denn? 38,2 abgearbeitet. 50 Prozent liegt über dem EMA 200, sollte also uninteressant sein, weil über den EMA 200 möchte ich diesen Kurs nicht mehr sehen. Aber das Minimalziel der Korrektur 38,2 aus der Fibonacci-Theorie ist erreicht. Das heißt, die Korrektur kann hier durchaus als genug und abgeschlossen gewertet werden. Ich ziehe es wieder raus. Das Fibonacci stört uns im Moment nur. Jetzt ist es manchmal auch nicht mehr interessant, noch runterzugehen in die Stunde. Es sei denn, ihr seid natürlich kurzfristig aktiv. Das heißt, ihr wollt das Ganze jetzt gar nicht als Swing Trade laufen lassen. Mein Ziel wird es jetzt also sein, hier gehen Süden zu traden, sozusagen aus dem Tageschart heraus. Mir reicht das schon. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt aber hier den kurzfristigen Trader machen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, in die Stunde runterzugehen. Und auch in die Stunde ist es natürlich hochinteressant. Wir haben Gleitendurchschnitte, die von links nach rechts laufen, EMA 200. Und jetzt fächern sie auf. Jetzt kommt Leben in die Bude rein. Jetzt passiert hier was. Das heißt, wir sind aus der Seitwärtsschiebezone schon rausgegangen und können hier nach unten das Ganze durchtreden. Und nochmal interessant. Ich weiß, es nährt vielleicht so ein bisschen. Aber wir haben auch hier im Grunde genommen eine aktivierte SKS-Formation. Das heißt, wir haben hier einen Kopf, linke Schulter, rechte Schulter, abfallende Gleitendurchschnitte, abfallende Kursdynamik. Das heißt, wir können hier sowohl in der Stunde als auch im Tag nach unten hin traden. Wir können natürlich, wenn ihr im Stundenschart handelt, den Stop-Loss viel, viel enger, viel, viel aggressiver setzen. Ihr könntet beispielsweise meiner Meinung nach jetzt hier über die rechte Schulter gehen, über die ganzen Gleitendurchschnitte, über das Haupteffizienzlevel Marktprofil Stunde. Und ihr seht auch schon, und das ist das Coole am Marktprofil, dass ihr hier einen Check-Wall-Wit-Geschenk bekommt. Aus der Volumentheorie, aus dem Tick-Volume heraus. Das heißt, ihr wisst schon genau, wo ihr hin tradet. Und das heißt, diejenigen, die aktiv sein können unter der Woche, dem würde ich fast sogar die Stunde empfehlen. Warum? Das Chance-Risiko-Verhältnis ist natürlich hier mega. Das geht Richtung 3, Richtung 4. Und dementsprechend, wer das kann, der soll das gerne auch im Stundenschart natürlich handeln. Handeln auf eigenes Risiko, natürlich initial nochmal gesagt und auch jetzt nochmal wiederholt. Ich werde es jetzt für unsere Reihe hier aber aus dem Tagesschart raushandeln, weil wir natürlich das Ganze jetzt erst wieder in einem Monat prüfen. Das heißt, die Stunde, das ist wahrscheinlich in ein, zwei Tagen durch hier das Ganze. Mit viel, viel Glück natürlich auch heute schon, aber das glaube ich eher nicht. Also es gibt den ganzen ein, zwei Tage. Das, was wir aber uns dann im Nachgang wieder anschauen werden im Oktober, ist dann eher aus dem Tagesschart heraus. Das heißt, wir gehen wieder hoch in den D1-Chart und werden sozusagen hier diesen Trade eröffnen. Und dazu zoome ich uns ein kleines bisschen ran einfach, dass wir das nochmal ein bisschen besser sehen. Und kann über 2% Risiko zu handeln, weil ich weiß, die Lehrbücher sagen immer 1% oder oftmals 1%. Für mich ist das aber auf Deutsch gesagt etwas zu behäbig, etwas zu langweilig, weil wenn ich gute Argumente habe, dann will ich dem Trade auch so ein bisschen Brums mitgeben. Das heißt, wer hier mit einem kleinen Konto handelt, muss meiner Meinung nach fast ein bisschen aggressiver fahren, weil sonst netto nichts dabei rauskommt. Und ja, wenn ich einen guten Trade habe, warum soll ich dem nicht auch 2% geben? Das funktioniert in Abhängigkeit von der Equity-Team natürlich genauso, weil wenn das Konto fallen sollte, dann werden auch die 2% in Abhängigkeit von der Kontogröße natürlich immer weniger werden, wenn es nicht so läuft. Aber ich will den Trade sozusagen auch Rückendeckung geben, auch aus der Equity-Sicht heraus und dementsprechend möchte ich sozusagen hier im Grunde genommen das Ganze ordentlich durchhandeln. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz das Tool draufziehen. 2,0% Risiko. Und wir sehen, dass nichts passiert. Wenn nicht, müssen wir es auf die klassische Art und Weise machen. Ich probiere noch mal ganz kurz das. Ah ja, ich habe ein Häkchen vergessen. Jetzt haben wir es. Also gelbe Linie sozusagen unser Market-Einstieg. Rote Linie symbolisiert den Stop-Loss über EMA 200, über den letzten markttechnischen Verlauf. Und die grüne Linie ist sozusagen mein Take-Profit. Ich setze ihn nicht an Dochte oder Lunden von Kerzen, sondern immer an Kerzenkörper, weil das sich in der Praxis über die letzten 20 Jahre sozusagen bewährt hat. Und kann jetzt sozusagen hier aus dem Chart heraus noch mal lesen, was ich für Risikoparameter habe. Also ich habe ein CRV von 1,4. Das heißt, für 1 Euro Risiko kriege ich 1,40 Euro wieder raus und die Nummer funktioniert. Und wenn ich mit 2% in Abhängigkeit handeln möchte von der Kontogröße, dann muss ich 0,15 Lot investieren auf der Short-Seite. Und wenn ich 1% riskieren will nur, dann muss ich eben nur 0,07 Lot riskieren. So funktioniert sozusagen das Trading. Es ist nicht schwer, aber man sollte eben das Risikomanagement als letztes dann ordentlichst machen. Also CRV sollte besser 1 sein, sollte aber auch nicht unendlich groß sein, damit einfach die Trefferquote erhalten bleibt. Dementsprechend 1, 2, 3 ist super. Was mehr wird, meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Das muss dann schon sehr gut laufen. Und ihr solltet in Abhängigkeit von eurer Kontogröße, so mache ich es zumindest, nicht mehr wie 2% Risiko fahren. Das ist der Trade, Austria-Dollar, US-Dollar, den wir dann einfach hier wieder verfolgen werden. Und ja, dementsprechend sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Chris, hast du noch abschließend noch Worte zum Austria-Dollar, US-Dollar? Das hast du wieder rund gemacht sozusagen. Ich bin ja wie gesagt auch eingestoppt. Hätte mir in der Nacht gerne nochmal so einen Spike nach oben gewünscht. Ich hatte bei 0,7390 noch eine Pending-Order. Wollte nochmal so in die Kerzenspitzen sozusagen ein Entry machen. Bin aber genauso wie du an dem Level jetzt auch short mit der Idee eben genau. Also das, wenn ich dir meinen Chart zeige, das ist wirklich erschreckend. Das ist ja im Prinzip genau das gleiche Bild. Aber auch das Bild hatte Bernd auf dem Guidance-Desk vom ProTrader-Team skizziert. Eben genau so einen saisonalen Short, der sich jetzt eben auch wirklich scheint aufzulösen, an Fahrt zu gewinnen. Insofern sind wir hier schön positioniert, geben dem Markt Druck. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu ergänzen, außer um die Tatsache willentlich, dass das Feedback im Chat wirklich positiv ist. Sehr gutes Webinar-Format heißt es, ihr die Trading-Ideen gut erklärt, abgeleitet. Danke, Thomas, für das Feedback, auch namens Vetter Christian seines Zeichens, auch mit positiven Feedback. Also darum geht es ja. Also du hast in jedem Fall sowohl den Goldpreis als auch jetzt hier den Austral-Dollar schön abgeleitet. Und das war jetzt für mich eigentlich so eine Ad-Hoc-Indikation. Ich weiß nicht, ob du generell ein anderes Paar noch genommen hättest, weil ich also Intraday hätte ich zum Beispiel in der Austral-Dollar-Cut noch short sehr schön mitgenommen. Aber das ist wirklich Intraday, also hochgradig, kurzfristig. Das ist 5-Minuten-Chart in dem Fall. Also das ist jetzt weit weg von dem, wo wir uns gerade bewegen. Der hat aber jetzt genau wie der Austral-Dollar jetzt so richtig nochmal schön den Weg in den Süden eingeschlagen in den letzten Minuten und Stunden. Wirklich grandios. Also der Austral-Dollar wirklich unter Druck. Und man darf auch hier wirklich annehmen, dass ähnlich wie bei den Yen-Pairs, wenn mal so eine Trendrichtung aufgenommen wurde, und das kann sich teilweise auch wirklich ziehen, wir sehen es hier am Austral-Dollar gerade im Big Picture auch, dass sich das manchmal so ein bisschen dahin sieht. Aber wenn mal Momentum reinkommt, dann ist da auch, sag ich mal, Koch auf dem Deckel oder Druck auf dem Deckel viel mehr. Und wir sehen jetzt hier gerade Austral-Dollar-Cut schön, wir sind da, wie du sagst, in einer Effizienzzone abgewiesen worden, wenn ich dich mal zitieren darf. Und das sieht also sowohl eben im sehr kurzfristigen Chart, aber auch im Big Picture durchaus interessant aus. Und ich finde es auch klasse, dass man hier jetzt auch mit dem Seasonal-Effekt da eben echt den Punkt hat, wenn das mal nicht weiterfällt. Also meines Erachtens auch ein interessantes Währungspaar, sogar der zweiten Reihe. Wie du ja sagst, den Ossi handeln auch gar nicht mal so viel, obwohl es eben eine Rohstoffwährung ist und auch ein Major-Pair, ist gerade auch so ein Cross-Rate, Austral-Dollar-Cut. Der kanadische Dollar hat ja auch Rohstoffwährung, mehr Öl-orientiert. Aber diese beiden Währungen im Cross sind hochinteressant. Und hier sieht es so aus, als würde auch der Austral-Dollar-R so ein Stück weit den Rückschritt angehen und dahingehend nach Süden sich orientieren. Siehst du es ähnlich? Also mega, ihr seht den Tageschart. Ich mache es mal so, weil ich es immer so mache. Also ich fange quasi schon in den höheren Zeiteinheiten auch in den Augen, wenn du jetzt vom M5 sprichst. Abwärtstrend, klar definiert durch das Def-Cross EMA 200 EMA 50. Beide abfallen sozusagen der Abwärtstrend sozusagen da. Ja, ich darf short gehen, ich darf nicht long gehen. Ich habe eine Sessionalität, die jetzt sogar in den nächsten Tagen noch viel schlechter wird sozusagen. Das heißt, ich habe hier Sessional eine Rückendeckung. Ich habe aus dem Marktprofil heraus nach oben hin eine regelrechte Ineffizienz. Das heißt, hier war der Markt nie so wirklich interessiert dran, an dieser Zone. Also er ist hier sogar innerhalb von einem Tag durchgekracht. Hat hier mal reingeguckt und wurde abgewiesen. Hat hier mal reingeguckt, wurde abgewiesen. Das heißt, genau wie du sagst, vom Volumen abgewiesen. Dementsprechend jetzt hier auch über das Fibonacci-Tool mal die letzte Fraktalmessung. Auch das 38er abgearbeitete Korrektur reicht sozusagen vollkommen aus. Und Abwärtstrend natürlich hier mit möglicher Dynamik. Im Tageschart, im Stundenschart sieht das noch schöner aus. Und hier jetzt nochmal das, was ich vorhin gesagt hatte, was im Out-US-Dollar hoffentlich noch kommt. Und hier schon passiert ist, dass wenn viele, viele Tiefs beieinander liegen, viele Stops sozusagen sich gegenseitig auslösen, dann auch hier stundenweise Druck kommt. Dass also eine schwere bärische Kerze kommt und dann gar nicht dieses Hin und Her stattfindet, sondern direkt noch eine bärische, noch eine bärische folgt, bis dann sich der Markt sozusagen wieder sammelt. Und das kann jetzt tatsächlich weitergehen. Wir hatten eine kurze Erholung und wir sehen auch hier noch unten, Marktprofil ist offen. Also wir haben hier sozusagen diese ganze Schiebezone, die der Bulle versucht hat, hier natürlich korrektiv zu nutzen, Kraft zu sammeln. Die hat sich jetzt zerstört. Also wir haben den Keil kaputt gemacht. Wir sind hier nach unten rausgeploppt. Und der Bär jetzt natürlich erst mal im Vorteil war es natürlich, wenn das im Out-Cut so schön aussieht, vielleicht ein kleiner Vorläufer sein könnte für meinen Out-US-Dollar-Trade. Ich möchte euch noch ganz kurz ein paar Werte einfach noch mit auf den Markt geben, einfach um das Ganze hier jetzt noch ein bisschen rund zu machen. Falls jetzt jemand sagt, okay, das ist schön und gut, ich habe es jetzt langsam verstanden, aber ich will noch ein paar Trading-Ideen haben diese Woche. Euro-Politisch. Ja, Chris? Chris, auf jeden Fall fahr weiter fort, will dich nicht aufhalten, aber der Einschub kam gerade im Chat. Australdollar, also wir hacken wirklich auf Rohstoff und Rohstoffwährung rum. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz neben dem Euro-Pound oder was du noch dabei hast, auf den Ossi-Neuseeland-Dollar schauen. Das sind ja sozusagen beides die ozeanischen Pairs, wo hier aber auch der Ossi deutlich im Rückschritt sitzt. Vielleicht da auch nur einen ganz kurzen Blick drauf, ansonsten gern weiter. Ja, können wir gerne machen. Euro-Pound. Interessant, weil schwere Schiebezone, also schwere Langfrist-Zeitwertszone im Wochenchart. Der Switch auch in den Seasonals jetzt nach unten. Und ja, ihr seht das schon, dass sich hier auch einfach der Druck nach unten sozusagen gar nicht mehr eine Korrektur nach oben aufgelöst hat. Also hier Gleitendurchschnitt, Deathcross, EMA 50, EMA 200 nach unten. Das heißt, hier könnte sozusagen durchaus jetzt auch der Druck sich noch mal hier entladen, Richtung Mega-Horizontal-Unterstützung. Auch wie ihr seht, ihr habt im Volumen schon noch Platz nach unten. Also auch tageweise Euro-Britisch-Pund sozusagen. Meiner Meinung nach ein guter Short-Kandidat jetzt für die laufende Woche und für die nächste Woche. Da ist noch Platz nach unten. Kann sogar sein, dass wir noch mal diesen Dip hier in den Support reinkriegen. Genauso Euro-Japan-Yen, wer sich dieses Pärchen immer mal anschaut. Auch interessant, weil wir sehen auch hier den Switch in den Seasonals. Wir kommen jetzt hier in eine massiv bullische Phase. Wir sind vom Volumen gestützt. Wir haben nach unten hin Ineffizienz. Das heißt, diese Korrektur hier, die natürlich auch wieder mit Fibonacci vermessen kann, sollte abgeschlossen sein. Wir sind ungefähr im 50er wieder nach oben gegangen mit den Seasonals, mit den Gleitendurchschnitt im Rücken, mit dem EMA 50er-Stütze, mit dem Volumen als Support. Das heißt, hier klare Trendfortsetzung nach oben hin. Meiner Meinung nach Euro-Japan-Yen auf der Long-Seite. Genauso interessant auch US-Dollar-Japan-Yen, wer die großen Pairs sozusagen mag, weil wir einfach diese Formation hier, diese riesige Formation aufgelöst haben. Bullische Seasonals im Rücken. Wir haben eine schwere Bewegung. Wir haben eine kurze Korrektur gehabt bis an EMA 200. Wir haben jetzt auch hier einen Golden Cross. Ich sage immer, das klassischste, einfachste Handelssystem der Welt ist Golden Cross, Death Cross. Geht in jeder Zeiteinheit, in jedem Basiswert, der liquide ist. Jetzt hier als Kaufsignal. Wir haben hier, wenn die Trendfortsetzung nach oben durchploppt, mit Volumen im Rücken, gute Stopp-Möglichkeiten. Also auch das hier interessant, wenn man sich auf den Tageschart reinarbeitet. Ich möchte aber, weil ich muss jetzt gleich hier raus aus dem Webinar, ich möchte aber gerne den Wunsch noch abarbeiten. Austral-Dollar, New Zealand-Dollar-Woche. Erster Blick auf die gleitenden Durchschnitte. Wir haben hier abfallenden EMA 200, EMA 50. Das heißt hier, der BR natürlich ganz klar im Vorteil aus Sicht der Gleitendurchsignal. Langfristig Long-Position verboten. Aus meiner Sicht Short-Position erlaubt. Schauen wir kurz auf die Sessionalitäten. Die sind jetzt mal noch ein paar Tage, Wochen hier. Das ist jetzt neun und fünf Jahre, also relativ lang. Noch so ein bisschen neutral, bis vielleicht sogar der längere Bullisch, der kürzere Bärisch, also so ein bisschen neutral. Aber dann geht es hier tatsächlich eher zu Gunsten der Short-Seite. Und dementsprechend müssen wir hier quasi jetzt mal tiefer schauen. Gefällt mir nicht ganz so gut, warum? Weil einfach das Ding schon sehr weit gelaufen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch mal eine Gegenbewegung kommt, ist also relativ hoch. Auch wenn natürlich hier aus meiner Theorie heraus die Long-Position wirklich verboten ist. Also ich darf hier nicht sagen, hey, da ist jetzt weit genug gelaufen. Jetzt muss ja die Korrektur kommen. Sondern ja, ich dürfte nur Short handeln. Für Short ist mir das aber zu weit gelaufen ohne Gegenbewegung. Das heißt, hier wäre ich jetzt neutral, wenn er natürlich in der Short-Position drin ist. Der kann das natürlich mega feiern und hoffen, dass diese bärische Sessionalität vielleicht sogar hier runterläuft. Aber vielleicht schon mal auch trotzdem über den Teilverkauf nachdenken oder Stop-Loss aktiv nachziehen. Das ist dann auch schade, um so einen schönen Trade, wenn er so weit gelaufen ist. Und ja, eine Gegenbewegung, ihr seht das auch hier, sie kommt dann irgendwann. Also sie kommt immer. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur nicht vergessen. Auch wenn der Kurs hier in sich zusammenzufallen scheint. Es sind beides Volkswirtschaften, die sehr nahe immer beieinander liegen. Was natürlich auch sozusagen physikalisch ist, aber auch von den Wirtschaften her. Beide auch sehr rohstoffsensitiv, damit zinssensitiv. Und dementsprechend sind so abartig große Bewegungen meiner Meinung nach gar nicht fundamental so nachvollziehbar. Das heißt, auch hier sollte man immer so ein bisschen sagen, wo ist die Normalität? Ist das hier okay, was hier passiert? Und da kann vielleicht die Korrektur kommen. Eine Meinung direkt, einen Trade, den ich jetzt aufmachen würde, habe ich ehrlich gesagt dazu nicht. Aber ich denke, wir haben jetzt eine ganze Reihe an interessanten Basiswerten gesehen. Ich habe den Trade übrigens jetzt noch schnell aufgemacht im Out-US-Dollar. Den schauen wir uns dann das nächste Mal an, wenn wir hier das nächste Webinar abhalten im Oktober, wie er sich entwickelt hat. Ich setze jetzt gleich Stop Loss, Take Profit noch und hoffe natürlich, dass wir hier gemeinsam in die richtige Richtung arbeiten. Ihr habt die Möglichkeit, das auf YouTube nochmal alles in Ruhe zu machen. Ich rufe euch dazu natürlich auf. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr müsst da nur ein bisschen Zeit investieren. Ihr müsst euch eigentlich, was heißt ein bisschen, viele 100 Charts angucken. Das immer wieder machen, um sicher zu werden, um dann den Trade auch durchzuziehen. Und hier ganz entspannt vielleicht den ein oder anderen Euro dazu zu verdienen im Anfängerstadium. Wenn ihr da ein, zwei Mal im Jahr von in den Urlaub fahren könnt, ist das mega. Das sollte auch vielleicht, wenn man es professionell macht, erstmal reichen. Und dann kann man natürlich hier über den Zinseszinseffekt vielleicht auch ein Konto irgendwann mal Richtung großes Konto traden. Und dann natürlich dann hier mit dem 2% Risiko dann auch schon relativ große Summen bewegen. Weil wir haben natürlich hier durch den Broker immer die Möglichkeit, ein Vielfaches sozusagen zu bewirken. Aber umso wichtiger ist auch ein ordentliches funktionierendes Risiko Money Management. Das ist ganz, ganz wichtig. So schön das immer aussieht, macht das mit dem Stop-Loss, zieht das durch, versetzt den auch nicht mehr, um einfach dann zu sagen, ich will ja im Nachgang wissen, hatte ich recht oder habe ich nicht recht. Und Stand heute mache ich einen Trade auf und Stand heute setze ich Stop-Loss und Take-Wurfel. Im besten Falle verrücke ich diese dann im Verlauf nie wieder, sondern lasse den Trade einfach passieren, um dann zu sagen, hey, war es gut, was ich gemacht habe? Oder war es nicht so gut, um das zu analysieren? Weil wenn ihr im Verlauf immer wieder an den Positionen rumfriemelt und da die Parameter verstellt, habt ihr erstens initial gar kein ordentliches CRV mehr, was ihr ausrechnen könnt, weil sich es immer wieder ändert. Und zweitens müsst ihr irgendwann mal wissen, war das eigentlich richtig, was ich gedacht habe, was ich gemacht habe? Oder muss ich vielleicht über meine Methodik mal nachdenken oder mein ganzes Trading-Setup? Das von mir hier zum Ende des Webinars. Mir macht das immer viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen bei der ganzen Nummer. Und ja, dann hoffe ich mal für alle, die den Trade mitgehen, dass wir hier jetzt fallende Kurse sehen. Chris, ich sage danke für die Möglichkeit hier und hoffe, du bist dann nächstes Mal auch wieder dabei, dass wir uns das nochmal angucken können. Ja, sehr wohl. Die Termine sind gesetzt, Chris. Und wie gesagt, mitgehangen, mitgefangen. Ich bin dabei, würde dann wahrscheinlich meine Pullback-Order auch rausnehmen, weil dann wäre ich dann auch mit einem größeren Risiko dabei. Das mit den 1,52% von dir fand ich auch gut, dass du sagst, bei kleineren Konto darfst du ruhig mal höher gehen. Ich meine, man arbeitet mit einem Vorteil und wenn der Trade gut aussieht, darfst du auch mal 2% riskieren oder 3%. Wohlwissentlich, wenn das Thema hintereinander schief geht, hätte man bei 3% eben 30% seines Depots verraucht. Aber das will man ja gerade ausblenden, beziehungsweise wahrscheinlich technischerseits betrachtet auf seine Seite ziehen, dass das eben nicht in diesem Maße schief geht. Aber haltet euer Risiko im Griff. Super Webinar, Chris. Also ein großer Mehrwert. Im Gegensatz zu dem einen oder anderen, sage ich mal, Education-Webinar, was wir hier und da haben, war das wirklich sehr praktisch, sehr live, sehr gut abgeleitet. Das Feedback ist auch genauso in diese Richtung hier orientiert. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir im nächsten Monat das Revue passieren lassen, Schrägstrich mal schauen, was da gelaufen ist. Ich bin ja, wie gesagt, mit dir im Boot und wer da Lust hat, morgen gibt es den Trading Room mit mir und am Donnerstag auch mit mir. Da geht es ein Stück weit mehr um Intraday-Geschäfte, aber am Ende des Tages werde ich meinen Australdoller wahrscheinlich auch nochmal hier und da vorhalten, Schrägstrich. Vielleicht habe ich auch noch den ein oder anderen Swing Trade in petto rund um den Devisenmarkt. Ich sage erst mal, danke für die Zeit, Christian. Wir schließen uns eh alsbald nochmal kurz. Unser Draht glüht ja ohnehin auch außerhalb vom Webinar. Insofern allen und dir insbesondere, Chris, eine schöne Zeit am Chiemsee. Nochmal ein paar schöne Sonnenstunden mitnehmen, bevor es die nächsten Tage wohl wieder ein bisschen drüber werden soll. Machen wir das Beste aus den Situationen. Ich sage danke für eure Zeit und freue mich auf das nächste Webinar mit dir, Chris. Bis dahin. Danke. Tschüss in die Runde. Danke. Danke.